Da ist sie, die Männer nur aus oberflächlichen Beziehungen kennt. Ihren eigenen Vater hat sie kaum kennengelernt und ihr Kind wurde schnell selbst zum Scheidungskind. Alle Beziehungen danach hielten nicht lange und waren von Missbrauch und Abhängigkeit geprägt. Jetzt sehen sie sich so sehr nach echter Liebe, dass sie viel mit sich machen lässt, bis sie es nicht mehr aushält und ein neuer Mann ihre Leere füllen muss. Da ist er, durchtrainiert und beliebt, immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Nach außen hin bei allen beliebt und angesehen. Doch niemand sieht die Leere in ihm, die der Sport, die Frauden und auch der gute Job nicht füllen können. Er fühlt sich oft einsam und sehen sich nach einem Leben ohne krampfhafte Anerkennung, ohne dem Haschen nach Likes auf Social Media und der ständigen medialen Verfügbarkeit. Und dann ist da noch die Frau, deren Leben auf dem ersten Blick dieselbe Sinnlosigkeit ausstrahlt. Die Frau, mit der man bewusst keinen Kontakt hatte. Man sprach nicht mit ihr, dafür aber über sie. Aber dieser Frau begegnet ein Fremder und der spricht in ihre Situation hinein und beginnt ihr Leben zu verändern. Diese Frau begegnet Jesus. Ihre Geschichte wird in der Bibel, im Johannes-Evangelium beschrieben. Sie war eine Frau, die sich nach echter Liebe sehnte und sich für ihren bisherigen Lebensstil schämte. Eigentlich erwartete sie in der Mittagshitze niemanden am Brunnen anzutreffen und hatte deshalb genau diesen Zeitraum zum Wasserschöpfen gewählt. Doch dort saß Jesus und sprach sie an, obwohl sie eine Frau und dazu noch eine Samariterin war, mit der die Juden normalerweise keinen Umgang pflegten. Und dann traf Jesus mit seinen Worten genau ihre wunden Stellen, denn er kannte sie und verurteilte sie trotzdem nicht. Er bot ihr echte, bleibende Erfüllung an, die ihr Herz nicht nur kurzfristig froh machen, sondern ihr Leben grundlegend verändern würde. Jesus sagte zu ihr, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Wir Menschen versuchen immer wieder, Zufriedenheit und Erfüllung in Anerkennung, Macht, Erfolg, Beziehungen usw. zu bekommen. Die Frau in der Bibel hat erlebt, bei Jesus Christus gibt es echte Vergebung, Frieden, den man sonst nirgendwo bekommt und Freude, die alles verändert. So wie er damals auf die Frau am Brunnen gewartet hat, wartet er auch heute auf dich. Lass dich einfach darauf ein, ihn kennenzulernen. Das kannst du machen, indem du in der Bibel zum Beispiel das Markus-Evangelium liest. Das wird dein Leben wirklich verändern. Wir schicken dir gerne kostenlos eine Bibel zu. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Vielen Dank, dass du dir den MyInput-Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.